Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Bevor es hier losgeht, möchte ich euch kurz über unsere aktuelle Gewinnspielaktion informieren. Unsere Freunde von Gedanken tanken haben uns 5x2 Karten für die zweite Frankfurter Rednernacht am 8. Juli 2017 zur Verfügung gestellt. Es werden auf diesem Event wie immer Top Speaker auftreten. Unter anderem Tobias Beck, Matthias Jackel, beide hier schon im Podcast gewesen. Benedikt Ahlfeld, Dr. Stefan Friedrich, Calvin Hollywood, Dr. Nikolaus Förster und einige mehr. Lasst euch diese Veranstaltung also nicht entgehen. Und um zwei Karten zu gewinnen, bewertet einfach unseren Podcast hier mit einer kreativen Rezension bei iTunes. Schickt mir euren Screenshot per E-Mail an norman.markenrebell.de, norman mit A-N am Ende und schreibt in die E-Mail mit rein, welchen Interviewgast ihr hier im Podcast gern mal hören würdet oder welches Thema euch besonders interessiert. Die Gewinner werden wir in einer Special-Folge hier im Podcast am 29.05. bekannt geben. Das als kleiner Hinweis für euch und nun geht's los hier. Blogartikel Disruption, Mutation, Evolution Das in seiner Form und seinen Auswirkungen gegenüber früheren disruptiven Veränderungen der Wirtschaft neuartige Phänomen der digitalen Disruption stellt Ökonomen vor das Problem der systematischen und terminologischen Einordnung. Im Vordergrund stehen Fragen, die sich auf folgende Tatsachen beziehen. Erstens haben wir es bei der Digitalisierung mit einer völlig neuartigen technisch-industriellen Revolution zu tun, die auf ständig sich weiterentwickelnden Produkten digitaler Soft- und Hardware basiert. Da sie alte Industrien immer weiter verdrängen, gehören sie der Kategorie der disruptiven Neuerung an. Zweitens ermöglichen die neuen globalen Marktplätze im World Wide Web neue, revolutionäre, althergebrachte Modalitäten verdrängende, disrumpierende Geschäftsmodelle. Die Analyse und Auswertung derartiger wirtschaftlich-technologischer Umwälzungen war die Domäne des österreichischen Ökonomen Josef Schumpeter, der im vergangenen Jahrhundert den Begriff der schöpferischen Zerstörung prägte. Schumpeter war richtigerweise davon überzeugt, dass wirtschaftlicher Fortschritt allein auf die Initiativen innovativer Unternehmer zurückgeht. Sein individualistischer Realismus stand dem metaphysischen Geldverbrennungsetatismus zum Beispiel des amerikanischen Ökonomen John Maynard Keynes diametral gegenüber. Primäre unternehmerische Handlungsmotive sind laut Schumpeter der Siegerwillen, das Kämpfen wollen, das Erfolg haben wollen, aber auch der Wunsch nach sozialem Aufstieg. Schumpeter hatte das Unternehmertum betreffend ziemlich puristische Ansichten. Er fand, dass jemand grundsätzlich nur dann Unternehmer ist, wenn er eine neue Kombination durchsetzt. Sobald der Unternehmer dazu übergeht, die Firma auf Basis der Neuerung weiter zu betreiben, verlöre er seinen Charakter. Nach Schumpeter setzt der Unternehmer das Neue durch, im Unterschied zum Erfinder, der es entwickelt. Der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog appellierte in den 90er Jahren angesichts der sich gegenseitig blockierenden politischen Parteien an die Unternehmer, wenigstens sie mögen sich doch bitte auf ihren Kampfeswillen besinnen, um den vor sich hindümpelnden Krankenmann Europas, also Deutschland, aus dem Morass zu ziehen. Sie hätten sozusagen die Pflicht, ihre Autorität und ihre Fähigkeit zum Wohle des Ganzen einzubringen. Schumpeters Konzept der schöpferischen Zerstörung In Schumpeters Augen beschreibt der Sturm der schöpferischen Zerstörung den Prozess der industriellen Mutation, der die ökonomische Struktur immerzu revolutioniert, ständig das Alte zerstört und unaufhörlich Neues schafft. Als Erkenntnisvorlage diente Schumpeter die Eisenbahnfahrt des Mittleren Westens der USA, wie sie von der Eisenbahngesellschaft Illinois Central initiiert worden war. Er schrieb, die Illinois Central bedeutet nicht nur ein sehr gutes Geschäft, während sie gebaut wurden und während neue Städte um sie herum gebaut wurden und Land kultiviert wurde, sondern sie, die Illinois Central, beschrieb das Todesurteil für die alte Landwirtschaft des Westens. Es gibt kein größeres Risiko, als sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Aber auch Unternehmer, die einst mit revolutionären, neuartigen Produkten die Industrien umkrempelten und dann jahrzehntelang die Märkte dominierten, sind in der Versenkung verschwunden. Sie hatten die Digitalisierung verschlafen, verloren ihre Marktanteile und die Gewinne brachen ein. So erging es zum Beispiel den weltbekannten Marken Kodak und Polaroid im Segment Fotografie. Die Konkurrenz hatte etwas riskiert, hatte investiert, hatte neue, erheblich bessere Technologien am Start, hatte die Herstellungskosten gesenkt. Eines der imposantesten Beispiele für die industrielle Mutation ist die Musikindustrie. Hatte die Kassette noch die Acht-Spur-Technik ersetzt, wurde sie schon bald von der Kompaktdisk verdrängt. Die CD gehörte nach Einführung des MP3-Players schon bald zum alten Eisen und die MP3-Technologie kann gegen die webbasierten Streaming-Dienste einpacken. Fazit Unternehmen, die mit bestimmten Produkten jahrelang die große Kohle machen, neigen irgendwann zur Trägheit, ruhen sich auf ihren Lorbeeren aus und verlieren den Anschluss. Nicht selten, auf Nimmerwiedersehen. Aus derartigen ökonomisch-technologischen Prozessen destillierte Schumpeter sein Credo von der kreativen Zerstörung. Allerdings war Schumpeters Analyse weit feinsinniger, fundierter und komplexer, als es die rüde Disruptionsrhetorik vermittelt. Mutation ist gleichbedeutend mit der Manifestation von Neuerungen. Was sagte Schumpeter wirklich über diesen Prozess? Zum einen wurde er nicht müde, zu betonen, dass der Kapitalismus als evolutionärer Prozess aufgefasst werden muss. Dabei befindet sich die Ausgangslage unterschiedlicher Volkswirtschaften auf unterschiedlichen Niveaus, sodass sie sich zu einem gegebenen Zeitpunkt in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Auch betonte Schumpeter, dass nicht allen im Kapitalismus sich nachvollziehenden Veränderungen evolutionäre Bedeutung beizumessen ist. Wenn sie dann aber geschehen, haben sie den Rang von Mutationen. Solche Mutationen fallen nicht vom Himmel, sie geschehen nicht zufällig und sind auch nicht einfach Reaktionen irgendwelcher Marktteilnehmer auf vorübergehende Ereignisse. Mutationen sind dauerhaft, nachhaltige, qualitative Verschiebungen in der Logik, im Verständnis und in der Praxis kapitalistischer Unternehmen. Was aber löst eine Mutation aus? Schumpeter war davon überzeugt, dass solche Entwicklungen wahrhaft evolutionären Charakters prinzipiell nur dann eintreten, wenn die mit den Neuerungen einhergehenden institutionellen Veränderungen der Wirtschaft als adäquate Reaktion auf vorher eingetretene Nachfrageentwicklungen interpretiert werden können. Schumpeter schrieb, der grundlegende Impuls, der den kapitalistischen Motor in Bewegung setzt und in Gang hält, geht von den neuen Produkten aus, von den neuen Produktionsmethoden sowie von den neuen Formen der industriellen Organisation, die das kapitalistische Unternehmen schafft. Als Beispiel bedient sich Schumpeter der Entwicklung der Unternehmensorganisation von US Steel vom einfachen Handwerksbetrieb zur groß angelegten Fabrikproduktion. Diese Ideen unterstreichen einen weiteren wichtigen Punkt. Mutationen beinhalten neue Wege zur Institutionalisierung sozialer Beziehungen, da sie sich an die neuen Bedürfnisse der Verbraucher anpassen. US Steel war für Schumpeter deshalb so revolutionär, weil es exemplarisch für die Umstellung von Handarbeit auf Bedürfnis- und nachfragegerechte Massenproduktion stand. Dabei waren die neuen Technologien nur ein Teilaspekt des enormen Erfolges. Noch viel stärker wirkten die neuen Arbeitsweisen und die daraus resultierenden, von den Gewerkschaften initiierten Veränderungen in die Strukturen der Arbeitsmärkte und daraufhin der ganzen Gesellschaft hinein, weil insbesondere neue Standards bei der Beschäftigungssicherheit, bei der Ausbildung und bei den Fair-Labor-Praktiken durchgesetzt werden konnten. Solche sozialen Veränderungen sowie deren Institutionalisierung sind die entscheidenden Folgeerscheinungen ökonomischer Mutationen. Sie sind mit Schumpeters Auffassung deckungsgleich, der zufolge der Kapitalismus erschafft und zerstört. Im Gegensatz zur raschen Umsetzbarkeit von Geschäftsideen benötigen echte Mutationen viel Zeit und Geduld. Dies ist für den Prozess der Mutationen schon deshalb so bedeutend, weil hier eine große Zahl verschiedenster Faktoren über die Wirtschaft vertikal und horizontal in die Gesellschaft hineinwirken und sich durchsetzen müssen, bevor man von einer Manifestation der Neuerung sprechen kann. Mit anderen Worten, nicht jedes als Disruption wahrgenommene Phänomen ist ohne weiteres mit einer Mutation gleichzusetzen. Dies gilt für technische Neuerungen wie für noch so originelle Geschäftsideen. Was als Mutation gelten will, muss besonders hohe Standards erfüllen. Mutation verändert die Natur des Kapitalismus grundlegend. Die Digitalisierung an sich erfüllt sämtliche Kriterien der schumpeterschen Mutationstheorie, nicht aber die Erfindung eines neuen Smartphones oder die Disruption eines traditionellen Marktes durch eine Firma wie Uber. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book obendrauf. Gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content ohne Werbung, ohne Spam versprochen für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei ungemein, die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App Come2Coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile-Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter come2coach, also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.